hallo und herzlich willkommen zu einem neuen test video auf dem kanal von planet firework krass zandra haben wir hier das ist eine batterie mit 16 schuss von pyroland schlichtes aber cooles design eine nem von 395 gramm und steighöhe haben wir 40 meter und 30 kaliber brenndauer 30 sekunden ja ich würde sagen schauen wir mal was die krass zandra drauf hat wir sind draußen beim test absolute top batterie leute absolut zu empfehlen kassandra ist wirklich krass so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017